Ich weiß etwas sehr, sehr Schönes. Zwei alte Freunde treffen sich wöchentlich im Wirtshaus. Sie lassen mit viel Humor und Poesie ihr Leben Revue passieren. Was denkt man sich da so kurz bevor man stirbt? Es war ein schrecklicher Gedanke. Mir ist eingefallen, dass ich vergessen habe, alte Pornos wegzurollen und meine Frau sie dann finden. Bis nächsten Freitag von Peter Turini ab 9. Februar in der Neue Bühne Füllach.